Der Flughafen Elana ist ein spannendes Projekt. Wir freuen uns auf dieses Projekt. Wir sind mitten in der Planungsphase, wir haben sehr viele Unterstützer und wir werden in diese Richtung weitergehen. Es wird etwas Gutes werden, es wird etwas werden, was die gesamte Bevölkerung eigentlich sicherlich gutheißen wird. Wenn Bootsen den nicht will, wir nehmen ihn gerne. Ich sehe ihn als reine Katastrophe, weil das eine Katastrophe für die Leute, die da leben, für die Leute, die da arbeiten, für die Landwirtschaft und für den Tourismus wäre. Ich war auch froh als Knurmbauer, wenn das unten wird und dass wir da tatsächlich eine schöne Summe Geld kriegen. Weil du musst bei jedem Focken weiter spritzen und so weiter und das wird noch wegfallen. Und da war ich natürlich sehr zufrieden, wenn das Projekt wird mit dem Flugplatz unten.